recht herzlich willkommen zur 71 folge von grand age medieval wir sind unterwegs nach antalya mit unserem händler da ist er und gucken zu dass wir da gleich die waren verkaufen und dann müssen wir auch langsam darüber nachdenken dass wir sag schon das lohnt nicht mehr wagen ist voll aber noch mal gucken hier ja das geht mal das weg machen wird kommt ein bisschen geht fünf stück davon weg dann haben wir hier noch was was lohnt aber eigentlich nicht lassen wir dann und die 48 48 mal gesagt machen wir immer noch kaufen sie dir auch egal und dann können wir gucken dass wir was nehmen was günstig ist das lohnt nicht 37 ist niedrig aber und alles nicht das geht gleich hoch der wein werbelig 20 stück davon ja das hat man getestet das war klar das ist teuer und sonst lohnt es nicht nur das immer schon verkauft für den preis oder ja ich glaube da und ja hier geht jetzt dann gerade nichts haben wir dahin und ich glaube wir müssen mal gucken dass wir da jetzt was machen wird nicht lang dauern wenn wir jetzt sammeln uns erstmal davor so nein nicht auf ihr bleibt hier also gar nicht gemeint der hinterbar gemeint ja 68 55 gekauft da kann man wieder zwei verkaufen geht auch ein bisschen nochmal drei und hier ist schon gleich lohnt nicht kannst du ja noch kaufen 174 180 140 ist billig aber geht auch nicht mehr kein geld da schade ist gerade wieder nichts geschafft hier vielleicht kommt zu meinem plus 13.000 diese aufsitzen genau wir fangen jetzt mal an muss man das nicht angreifen ich hoffe euer angebot lohnt sich für mich ach da müssen wir nur den krieg erklären ich glaube da brauchen wir gar nicht die truppen führen einen krieg zu erklären das können wir so machen ich dachte nein nein ihr bleibt hier ach das moralverlust jetzt hauen sie wieder ab alles klar hier 21.000 läuft na ja schade gut okay das bedeutet wir haben wir die ganze zeit rum gedümpelt was wir gar nicht brauchten schade drum und hier 23.000 diese super oder das ist unser händler der durch die gegend läuft da ist schon eine truppe angekommen mehr kommen hat ja keinen sinn los geht's jetzt müssen wir hier 33.000 ausgleichen sind wir so richtig schlecht dran man brauchte nur den krieg erklären das war es auch schön oder hätten wir gar nichts machen müssen so das bringt nichts hier jetzt gerade weil die total mies drauf sind die herrschaften da unten die bewegen sie jetzt nie mehr ja moralverlust aber wir können die glaube gerade alle raus löschen weil das macht keinen sinn würde ich sagen vielleicht wird die bilanz dann besser aber es sieht auch gerade nicht so aus handelsgruppen sind wohl schlecht ich glaube wir kriegen jetzt auch gar nichts mehr hin da fällt so richtig runter kannst du machen was du willst wahrscheinlich so 73 65 es bringt nichts mehr wir sind durch hätte ich jetzt gesagt 76.000 mese schönen guten tag was gibt es denn sonst noch zu gereden tja wir bieten eine stadt an und um richtig geld auch schön nehmen wir nach vorschlagen was so viel wollt ihr dafür das war es dann auch ja was machen wir da irgendwie war es das jetzt gerade ne was ist das für ein bautrupp hier da geht es lang das ist ein bautrupp was ist das auch ein bautrupp nein das sind sie klar wir haben sogar noch einen siedler ja du glaubst es nicht da läuft noch ein siedler rum wir wandern los genau das ist mal hier gucken das klingt gut das klingt gut ja also los da gibt es erde auf dem ton gehen wir es irgendwie hin das geld wird ein bisschen besser gerade hier gibt es fisch das ist die obere reihe auf dem weg hier ist feindgebiet da kann man nicht hin das klingt gut kommen wir hier noch an den fluss ran glaubt nicht ne oder ok aber der nebel doch der flüchtet sich so gut wir wandern los ok wir wandern los hier ist noch mehr da gibt es auch salz honig das ist eine top stelle das klingt gut das klingt gut nicht schlecht ja was das stein kreis ok wir haben geld gefunden boah aber was für geld wow das wurde mal zeit dass wir geld finden in der menge ja gibt es salz fisch auf dem weg irgendwie hätte ich jetzt gerne noch was dabei warte mal hier nicht schlecht oder lass uns da die ach können wir nicht ne super oder schade jo hier gibt es auch nicht wirklich was wir wandern los auf dem meeres zippel da ist auch nicht schlecht aber hier wieder nicht möglich doch hier wäre es möglich das klingt gut und ton geht da wieder nicht du glaubst es nicht aber hier geht's ja machen wir doch so und dann da wir jetzt genug geld haben und wie die einheiten jetzt gerade aufgelöst haben was ja voll cool ist können wir sie jetzt neu bauen oder jetzt haben wir nur 200.000 bis die fertig sind können wir das vergessen oder so alles mit pferd machen wir so ausbilden ausbildenden spälen schicken wir dann los mal so richtig cool ist das jetzt nicht dennoch und da zwei von und dann war es das erstmal und wir müssen erstmal die aufgabe dem nur wahrscheinlich den krieg erklären wir brauchen wir gar nicht ne das ist wieder der hammer oder gut dann müssen wir gerade warten bis hier die erste einheit fällig ist dann schauen wir weiter ich habe ihn abbrechen gedrückt machen wir das normal geht ja zum glück so erste einheit bitte dann brauchen die denn hier ziemlich lange super gut ok wir haben irgendwo noch ein bautrupp stehen der kann ja dann mal eine straße bauen oder wo ist das jetzt hier wunderbare kleine stück rein dann geht schon und fertig ausbauen müssen wir noch extra gut machen so alles aus ok so so wir na ja dauernd noch aber wenn wir schon hinkriegen gucken dass wir die erste einheit gleich haben wo war was keine ahnung wo da ist die einheit und los geht's die eine eine brauchen wir wahrscheinlich dann um den krieg zu erklären auf geht's pferde bogner mach mal ein bisschen gas da ist er oder so dann nähern wir uns dem und dann können wir da draufklicken wie wir eben gesehen haben und dann können wir den krieg erklären und das ist das einzige was wir hätten machen müssen wir brauchen ja gar nicht so viel rum burscht denn die letzten folgen dumm gelaufen diplomatie ich hoffe euer angebot lohnt sich für mich es muss sein ich habe diese junger wasselius ihr seid mutig wie einst euer vater doch die verschlagenheit des patriarchen steht euch schlecht zu gesicht ich ahne ihr braucht ihn doch seiner feigheit werde ich nicht das leben eurer männer opfern seinen krieg kann er haben aber keinen tropfen blut nehmt jene stadt die mir jüngst den tribut verweigerte sie ist mir lästig und muss bestraft werden zudem bin ich neugierig was ihr gelernt habt auch wenn man uns fortan feinde nennen mag wir beide werden es besser wissen aha ok also wir müssen jetzt die stadt einnehmen das wollte ich nicht ich wollte diese einheit haben und da sind sie schon da desto länger wird die stadt einer belagerung standhalten und was war das für eine können sich außerdem selbst verteilt auch wenn keine truppen in der stadt stationiert sind ok es wird eine weile dauern bis wir sie belagern aber da können wir immer noch truppen danach ziehen die wir von so viel holen die ja hier sind und dann schauen wir mal gut ok das wird seine weile dauern mal gucken wie es läuft 204 truppen werden auch nicht angegriffen sieht momentan gut aus wer weiß wann denen seine einheiten kommen aber wie es weitergeht schauen wir dann in der nächsten folge ok dann erstmal recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss